hallo meine lieben hier habe ich eine wunderschöne drei zimmer wohnung und ratet mal was die kostet diese wohnung wurde renoviert nagelneue einbau küche wurde eingebaut auch die decken stück arbeiten sind nagelneu und die möbel sind nagelneu und die geräte die ihr sieht sind auch nagelneu 50.000 euro kostet diese drei zimmer wohnung im stadtteil machmuttlar das gebäude aber ist schon über 20 jahre alt hat keinen pool und auch der balkon wurde anführungsstriche renoviert ihr seht ja mit fließen und marmor und aluminium geländerschutz ist im zentrum von machmuttlar zum strand sind es nicht mal sieben minuten zu fuß und im preis sind wie gesagt alle neuen alle alle sachen auch die kleiderschränke sind neu die betten sind neu vorhänge sind neu also das ist das andere schlafzimmer wer lust hat auf eine günstige voll ausgestattete renovierte drei zimmer wohnung wer lust dazu der meldet sich hier im gangbereich und ich habe aber dazu gesagt das gebäude ist nicht neu also die wohnung wurde renoviert ja das gebäude selber ist nicht so neu und hier nochmal schlafzimmer wir haben nur ein bad und jetzt zeige ich euch noch das bad die wohnung selber hat nur knapp 90 quadratmeter aber trotzdem wer lust hat 50.000 euro alles ausgestattet ihr müsst nichts mehr renovieren jetzt noch das bad hier haben wir das bad dusche neu gefließt ihr könnt natürlich noch selber eure wünsche noch mit rein bringen hier von der seite noch mal ja auch der fernseher ist dabei klimaanlagen anschlüsse sind schon vorbereitet klimaanlagen kosten ja hier nicht so viel also mein lieben wer lust hat 50.000 euro lang zu vielen dank fürs zuhören bis zum nächsten mal ja von außen wollt ihr ein bild sehen moment zeige ich euch also ich zeige euch das nebengebäude schaut genauso aus wie das nebengebäude hier ihr seht ihr das das rote so in so schaut es genauso aus also nicht nicht kaputt oder sowas ja aber es ist halt nicht neu es ist nicht nicht neu stockwerk sind dritten stockwerk aufzug ist vorhanden okay so viel von mir vielen dank fürs zuhören bis zum nächsten video